Das ist schon ein Traumjob. Ist es dein Traumjob? Für mich definitiv, ja. Das ist meine Leidenschaft. Ich bin happy, wenn ich jeden Tag auf dem Goldplatz bin. Spielen oder arbeiten, ist eigentlich egal. Good Golf aus Tiling. Heute spiele ich mal kein Golf, sondern ich zeige euch, wie der Alltag von einem Head Greenkeeper ausschaut. Und ich freue mich sehr, dass Kyle da ist. Hi, Kyle. Servus, Good Golf. Du bist Head Greenkeeper hier in Tiling. Genau. Wie lange schon? Also, seit 2018. Du nimmst mich heute mal ein bisschen mit. Wo fangen wir an? Also, bei dem Grund. Denn wichtig sind halt den Platz. Okay, let's go. Jetzt sind wir hier auf Loch 18. Ja. Und was schaust du dir jetzt hier an? Also, für die letzten paar Tage haben wir ein bisschen Probleme mit dem Kree. Er hätte das Loch kaputt gemacht auf der 16. Aber hier, 18, schaut es okay aus heute. Aber was macht die Kree dann? Er geht da ins Loch rein? Ja, er sucht Insekten. Und weil der Boden ganz stark ist, hier oben. Aber hier ins Loch hat er die Chance, er kann dann in die Erde oder die Oberfläche kommen. Und das ist das Problem. Aber zum Glück hat er hier nichts gemacht heute. Aber wir schauen mal auf der 16, was ist passiert da und ich zeig dir. Und wir müssen das Loch versetzen, die Fahne. Ja, genau. Die stecken wir heute besonders fies. Kyle, du bist ja nicht nur Greenkeeper, sondern auch sehr guter Golfspieler, ne? Was hast du? Handicap 0,6? 0,6 habe ich. Ich habe Golf gespielt seit ich war 13. Mein Papa war auch Greenkeeper gewesen. Hat eine Pflegefirme in Südafrika gehabt. Also, ich habe aufgewachsen mit Golf eigentlich. Jetzt habe ich ein bisschen wieder Lust wieder, ich würde sagen. Es macht Spaß und ja, wir haben jetzt eine gute neue Mitspiele mit Sebastian. Und das macht immer Spaß. Du bist ja schon Scratchgolfer, ich will es ja noch werden. Also, ich bin da noch weit von entfernt. Ich kriege das hin. Ja, hoffentlich. Jetzt müssen wir kurz so, pst, pst, pst. Jetzt spielen die Leute, ne? Beschweren die sich manchmal, wenn du hier vorbeifest? Immer. Immer. Das sind die Deutschen, die beschweren sich immer. So, jetzt hat er geschlagen. Vor! Also, und ich bin immer schuld. Du bist immer schuld. Ja, genau. Du hast schon gesagt, dein Vater war auch schon Greenkeeper. Er war immer Greenkeeper und auch Goldspieler. Er ist jetzt 67 Jahre alt und hat noch Handicap 2, glaube ich. Wow, toll. Sag mal, und dann hat dein Vater dir quasi das gezeigt, dieses Greenkeeping-Handwerk. Und wie funktioniert das dann? Ist das dann eine Ausbildung, ist das ein Studium? Ja, Greenkeeping ist ganz spezial, ich würde sagen. Ich war immer auf dem Goldplatz mit meinem Vater. Das war eigentlich eine kleine Ausbildung, hat mir immer alles gezeigt. Wenn ich war in der Schule, habe ich ein bisschen in meinem Urlaub auf dem Goldplatz gearbeitet für so Pocket-Money, ich würde sagen. Ich habe eine Ausbildung gemacht, natürlich, in Südafrika ist nicht so professional wie in Amerika, ich würde sagen. Du fängst an als Anfänger-Greenkeeper. Du musst auf dem Golfplatz arbeiten und dann machst du auch so Trainings und ja, dann lernst du alles. Also hier in Deutschland, ich glaube, da gibt es nicht so viele junge Leute, was fängt Golf an. Warum nicht? Woran liegt das hier? Ja, das ist eine gute Frage. Golf macht Spaß, aber ich glaube, dass viele deutsche Leute denken, das ist nur ein Sport für alte, reiche Leute. Dass du Geld brauchst, aber das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht, nein. Das ist gesund, es macht Spaß, du bist draußen in die freche Luft und manchmal in den Regen. Aber ich kann euch sagen, Kyle riecht heute total gut nach Sonnencreme. Also du hast dich komplett eingecremt, das musst du ja wahrscheinlich machen. Ja, also man muss aufpassen, wenn man arbeitet, jeden Tag draußen in der Sonne, musst du ganz vorsichtig sein mit der Sonne. Aber es ist ja eigentlich ein Traumjob, Kyle, oder? Ich meine, du bist, wie du sagst, jeden Tag draußen. Du sitzt nie an dem Schreibtisch, du hast immer hier grün und im Idealfall schönes Wetter, Regen. Das ist schon ein Traumjob. Ist dein Traumjob? Für mich definitiv, ja. Das ist meine Leidenschaft. Ich bin happy, wenn ich jeden Tag auf dem Goldplatz bin. Spielen oder arbeiten, ist eigentlich egal. Ich kann dir kurz zeigen, es ist nicht so schlimm heute, aber man kann merken, was er hat dann da ein bisschen gefressen. Rundes Loch. Und ich, ganz ehrlich, ich kann nicht genau sagen, warum. Aber ja, vielleicht, sie macht das absichtlich, weil sie will mir Arbeit für mich machen. Um dich zu ärgern. Wer entscheidet, wo die Fahne hingesteckt wird? Also, jeder Platz ist unterschiedlich. Hier im Tiling haben wir einen Plan. Das ist Position 1, 2, 3 und 4. Und jeden Tag machen wir eine andere Position. Und wird das ausgewürfelt? Also, zwischen ich und Ross, der Manager, er ist auch ein sehr guter Spieler, haben wir entscheidet, für faire Loch oder Plätze auf den Grunds. Weil ich meine, dieses Loch hier, das ist ein Papier. Wenn die Fahne ganz hinten steckt, man schlägt so ab mit einem Dreierholz oder mit einem Driver, 200 Meter Durchschnittsgolfe wahrscheinlich. Und dann hat man ja immer noch fast 180 Meter ins Grün. Stimmt, ja. Schon ein sehr schweres Papier dann. Das ist, das ist ein bisschen schwerer hier hinten. Aber man merkt eigentlich, dass die zwei Bunker ist mehr im Spiel, wenn die Fahne vorne ist. Also, hier hast du eigentlich mehr Platz. So, es spielt lange, aber dann hast du, es ist relativ fair, weil es ist dann ein bisschen breiter hier hinten. Könnten wir auch, wirklich spaßeshalber, das Loch hier hinsetzen? Also, ganz an den Rand? Oder macht man das nicht? Nein, man macht das nicht, weil normalerweise musst du quasi, also das ist keine Festregel, aber normal musst du eine Fahnenlänge von der Seite sein. Ah, okay, verstehe. Also, da könnten wir sie hinstecken. Ja, das stimmt. Aber man muss immer, also normalerweise musst du so drei Fuß rundes Loch relativ flach sein. Okay. Es kann nicht zu, es kann nicht zu fies sein. Okay, sonst beschweren sich die Mitglieder. Ja, total. Passiert das manchmal, dass sich Mitglieder beschweren, dass die Fahnen zu gemein gesteckt sind? Ja, relativ oft. Echt? Und dann kommen die ins Büro und sagen, die Pin Positions war unfair heute oder... Das ist dann wieder so, wie immer beim Golf, die anderen sind schuld, ne? Und in dem Fall dann ihr und die Pin Positions. Das ist unser Lochbohrer. Das ist ein ganz normales, weltweit, überall gleich. Mhm. Okay. Was kostet so was? So ein Lochbohrer, was willst du sagen? Hm, das hier kostet so 150 Euro, glaube ich. Also, da gibt es andere, also vielleicht bessere Lochbohrer, und es hat oben hier so ein Level eigentlich. Aber das hat kein Level, aber man hat hier den... So eine Wasserwaage. Genau. Okay, okay. Also, wir gehen unten zu den, so die Platte-Sektion hier. Und dann wissen wir, wir haben die, die richtige Tiefe. Und da kann man wie durch Butter durchstechen. Können wir mal gucken. Okay. So, wir machen es so erst, dann machen wir die Ding hier raus, und das ist quasi wie ein Hämmer. Dann machen wir es so. Batsch. Bis es unten ist. Das geht wieder rein. Wir drehen das um, ein- oder zweimal. Also, wir müssen erst den alten Loch rausnehmen. Ah, okay. Das wird einfach mit so einem Haken das Plastikteil raus. Ja. Können wir mal kurz zeigen. So schaut es da aus. Das ist einfach so ein Erdloch. So ein Sand-Erdloch. Ja. Was für ein Teil? Das ist nur ein Plastikloch. Plastik. Du kannst, also gibt es auch Alu-Lüche. Aha. Sie sind viel schwerer. Kostet mehr. Aber gibt es nicht, es gibt kein schöneres Geräusch, als wenn der Ball hier so dieses Geräusch machen kann. Genau. Das ist jetzt während Corona leider ein bisschen schade, weil die Fahne muss ja drin bleiben. Ja. Und wir haben auch immer diesen Schaum hier unten, dass wir die ganze Hand nicht reinmachen müssen. Ja. Aber das ist nur wegen Corona, oder? Ja. So, und jetzt ziehst du das raus. Jetzt nehmen wir das raus. Ganz vorsichtig. Und jetzt haben wir hier ein schönes, sauberes Loch. Und das Stück tust du hier einfach rein. Mhm. Jetzt schauen wir mal. Es ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Aber die... Da. Da ist es. So, hier ist ein bisschen zu hoch. Und es muss genau sein. So, wir machen hier ein bisschen Sand raus. Ach, das machst du einfach mit der Hand? Mhm. Und den wirst du jetzt in den Bunker? Also nur im Semi-Rough irgendwo. Okay, also nicht zurück in den Sand. Nee, nee. Und das hast du einfach im Gefühl, wie viel du rausnehmen musst. Ja, also... Ich bin 20 Jahre Greenkeeper. Jetzt die Messe. Mach hier ein bisschen hoch. Das finde ich übrigens beeindruckend, wie du das machst. Du hast ja auch, wenn du Golf spielst, so eine ganz scharfe Pitching-Gabel immer dabei. Ja. Und dann gehst du da richtig rein. Ja. Muss immer checken, das ist mit dem Fuß. Weil wenn es zu hoch ist und dann der Grundsmail kommt, macht das Ding total kaputt. Ja. Und das passiert relativ oft mit Leuten, die keine gute Lochversetzung machen. So, das ist die Cupsette. Wie nennt man das? Cupsette. Cupsette. Und das ist, dass wir immer die gleichen Tiefe haben. Also manche Leute drehen das um, aber ich mag das nicht. Zack. So, jetzt kann die Krähe wieder kommen. Ja. Ich kann dir gleich zeigen, eine Soilprobe. Dann können wir gleich schauen, was geht ab hier in die Grunds. Das ist nur, dass ich kann gucken, was ist da los mit dem Boden und die Würzeln. Ah, okay. So. Es geht relativ easy rein, weil es hat so viel geregnet, die Sommer. Das ist, was wir hier gucken. Hier merkt man, du kannst ein bisschen schauen, wo die alte Erifizieren-Linie sind. Das heißt, erifizieren heißt, da geht man mit ganz vielen Stacheln hier so oben rein, ne? Genau. Genau, richtig. Und... Das macht man, damit es grün atmen kann? Mhm. Luft rein und neue Sand rein. Fürs Drainage, fürs Luft und ja, es ist nur gesund für die Pflanzen. Hier können wir gucken, also wie viele Würzeln haben wir. Also ungefähr sieben Zentimeter. Das ist relativ gut. Die Grunde sind vom Bentgrass, Aerogrostis und wir haben Poa Annua auch drin. Das sind grüne Firmen oder Marken oder was ist das? Also ein Sortiment vom Gras. Okay. Also wir mähen unsere Grunds unter 4 Millimeter momentan. Und wir haben eine Grundsgeschwindigkeit von 9,5. Aber... 9,5 was? 9,5 Fuß. The... Said in English? Yeah, it's the worldwide way of measuring green speed. Ah, okay, okay. Yeah. So it's normal in... Also es ist... Es ist ganz normal. Ja, ja. 9,5. Okay, okay. Also es ist nicht zu schnell und auch nicht zu langsam. Nee. In Orgasta beispielsweise, was haben die da für einen Speed? In Orgasta haben sie 13. 13 plus. Ja. Okay, also schneller. Ja, ja, viel schneller. Ja, aber viel schneller als 13, das passiert nicht so oft. Okay. Hier haben wir... Alles schaut wirklich gut aus. Wir haben nicht... Ja, wir haben nicht so viel Filz. Also jedes Jahr machten wir Eurifizieren und Verti-Cutting. Das... Wir schneiden dann weg ein Teil von dem Filz. Ah. Und wenn man... Wenn zu viel Filz baut ab hier, dann die Grunde sind weich und ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz wichtig, jedes Jahr ein bisschen Arbeit zu machen. Also mit dem Eurifizieren, mit Verti-Cutting, mit Graden, neuer Sand rein. Und hier kannst du gucken, also von der Top-Dressing, wir haben hier so Sand-Layer oben. Das hilft mit der Grundgeschwindigkeit und so consistent Rolls zu kriegen. Und das Gras ist vier Millimeter, sagst du hier? Vier Millimeter gemäht, ja. Da hat jeder Hobbygärtner, wer der jetzt neidisch ist. Ja, also wir machen das jetzt zurück. Das macht nicht kaputt hier. Mich hat das... Ich habe mich schon immer gefragt, weil manchmal sieht man das ja so auf dem Grün, warum hier so diese rechteckigen Schnitte sind. Jetzt weißt du. Jetzt weiß ich Bescheid. Wie oft machst du das? So, einmal im Monat normalerweise. Nur zu gucken, was passiert. Du kannst relativ schnell merken, wenn es was falsch ist, dann es riecht. Riecht auch nicht so gut. Echt? Das riechst du? Ja. Schmecken auch? Schmecken nicht. Wonach riecht es dann? Kannst du das vergleichen irgendwie? Also riecht es so ein bisschen nach Faul, nach nassem Gras, nassen Schuhen oder was ist das? Ich kann nur sagen, dass es riecht nicht gut. Also wie meine Schuhe. Wie nasse Golfschuhe. Ja, ja. Das ist genauso ekelhaft wie nasse Golfschuhe. Also jetzt nehmen wir den Stamp Meter. Das ist das Gerät, das wir benutzen, um die Grundgeschwindigkeit zu messen. Das ist genau drei Fuß hier. Ich muss unbedingt mal gleich schauen, wie man das umrechnet, Kai. Du weißt es nicht, ne? Drei Fuß, ein Fuß sind wie viel Meter? Ne, muss mal gucken. Also ich google das und dann schreibe ich das hier unten hin. Dann wisst ihr das. Dann könnt ihr das umrechnen. Schablone? Ja, ich glaube das ist hier so ein bisschen bergauf. Aber wir machen das von beiden Seiten und dann kriegen wir so ein Average. Okay. So. So, das ist genau drei Fuß. Das ist die erste drei Fuß. So, jetzt sind wir bis sechs. So sind wir so ungefähr fast... Nicht ganz neun. Ja, kurz vor neun. So, jetzt machen wir von der anderen Seite. Ja, also die Geschwindigkeit ist ungefähr gleich. Eins, zwei, drei. Okay, so jetzt ist ein bisschen mehr aus neun. Und die andere war ein bisschen kurz vor neun. Das heißt wir sind bei neun. Perfekt. Ja. Also bist du zufrieden? Ja, ich bin happy mit neun. Gut Job Kai. Dankeschön. Das ist natürlich jetzt auch noch die Frage aller Fragen. Kann man gut Geld verdienen? Also wird man reich mit Greenkeeping? Oder kann man davon gut leben? Ja, ich glaube schon. Also natürlich gibt es viele unterschiedliche Golfplätze. So Big Budget Golfgroße. So wie hier in Deutschland haben wir auch viele. In Südafrika gibt es auch viele. So wie Jack-Niklas-Plätze oder sowas. Ja, du musst viele Erfahrungen haben. Du musst ja natürlich Dünge. Du musst viel über Dünge und Pflanzenschutzmittel kennen. Und mit der Maschine auch. Sie sind sehr kompliziert. Genau weiß, wie man arbeitet mit der Maschine. Servicing, Messerschleifen. Du musst auch natürlich mit dem Pumper, weil wir haben hier ein kompliziertes Bewässerungssystem. Also es gibt viel mehr als man denkt. Es ist total unterschiedlich. Also wenn man hat so einen Top-Platz, dann verdient man natürlich gutes Geld. Und ja, so mit einem Neunloch-Kurzplatz dann verdient man nicht zu viel. Ja, es ist unterschiedlich. Ich verstehe, dass es für viele Leute schwierig ist. Weil du musst natürlich früh aufstehen. Was heißt früh aufstehen? Also wann stehst du auf? Wann fängst du an? Jeden Tag bei 5 Uhr. 5 Uhr! Also du bist um 5 Uhr hier? Nee, um 6 Uhr fängst du damit. Kurz vor 6 Uhr bin ich hier. Ich habe schon einen Plan gemacht für den Tag, was die Leute machen müssen. Und ja, natürlich kann ich immer wechseln mit Wetter. Und wenn jemand ist krank oder jemand hat Urlaub, muss immer den Plan ein bisschen verschoben. Aber ja. Und bis wann? Bis wann arbeitest du dann? 8 Stunden? Also bis 14 Uhr? 15 Uhr? Ja, momentan arbeiten wir vom 6 bis 3. Und jedes Wochenende haben wir, wir split in Mannschaft quasi. Dann vielleicht 3 Leute auf dem Samstag oder 4. Und 3 oder 2 auf dem Sonntag. Also am Wochenende musst du auch arbeiten? Natürlich, ja. Also nicht so viele Stunden. Also es geht über, haben wir Turniere oder was muss genau gemacht sein. Aber ja, natürlich müssen wir Grundsmähen, Bankes machen, Lochversetzung auf dem Samstag. Und ja, die Brücke sauber machen. Ja, die Wochenende ist ganz wichtig. Weil meistens von den Spielerspieler auch Wochenende. Puh. Also früh aufstehen. Du bist immer draußen. Also wenn wir so Vor- und Nachteile versuche ich gerade mal zusammenziehen. Also du musst früh aufstehen. Ist ein Nachteil für dich? Also ich bin eine Morningperson, für mich ist kein Problem. Okay. Aber für andere Leute glaube ich. Also jeden Tag 5 Uhr ist manchmal ein bisschen anstrengend. Im Gegenzug bist du immer an der frischen Luft. Aha. Hast immer, ja auch freundliche Leute. Aber das hat auch seinen Nachteil, wenn es regnet. Wenn es kalt ist. Was macht ihr im Winter? Normalerweise ist es auch unterschiedlich, wenn wir Projekte haben. Also letztes Jahr im Winter haben wir die Abschläge neu gemacht. Also Soden weg, neue Material rein. Und dann im Frühling haben wir das Samen drauf. Ja, also dieses Jahr vielleicht können wir ein paar Bonkers machen. So, jetzt kommen die nächsten Leute. Jetzt müssen wir wahrscheinlich losfahren. Ja. Du musst hier mal deine Scheibe putzen. Da sieht man ja gar nichts. Ja, das ist eine Katastrophe momentan. Nee. Das ist für den ganzen Golfplatz die Pumpanlage. Mhm. Für 18 Loch. Unsere Thomas, das ist ein ganz wichtiger Mann hier an unserem Platz. Grundmaschine ist die wichtigste Maschine, ich würde sagen.